Hey Leute! Freut mich euch zu sehen! Guten Morgen, mein Scheißerchen. Gut geschlafen? Klar, Mami. Und dabei kam mir ein voll cooler Traum. Da saß ich auf einem Eiscreme-Esel mit keinem anderen als Mr. Dean Martin. Wow! Natürlich war das Eis weggeschmolzen, noch bevor wir in die Walnussstadt ritten. Aber das hat Dean nichts ausgemacht, weil er eben so ein klasse Typ ist. Ja, der große, heilige Martin. Amen. Das ist mein Bett. Das ist meine Uhr. Das ist meine Unterwäsche-Sammlung. Das ist ein Brief von einem Fan. Und hier mein cooler Boogie-Man. Treffi immer nach zum Eins. Klar gebomb, Phil. Sei hier bei mir bekommen. Mann, ich glaube Donnerfurz mag dich nicht besonders. Keiner mag mich und das finde ich auch gut so. Ich kann dich leiden, so. Hör auf damit. Nein, Kumpel, und ich sag dir mal, warum ich dich gern hab. Freundschaft ist wie ne Salbe. Warst du mal tief im Bienenschwarm? Kannst du dir gratulieren? Hast du was drauf zu schmieren? Mit Freunden wird dir niemals was passieren. Ich seh's nochmal. Hex, Maul. Hier steht dein Vorrat. Du fütterst Mr. Tickles zweimal täglich. Frühstück und leichter im bis nachmittags. Alles klar, Kumpel. Gebronkt. Gib ihm immer nur genau drei Milligramm Ticklesnacks. Und ich warne dich. Drei Stückchen Schinken würden ihn umbringen. Drei Schinken-Stückchen. Drei Stückchen Schinken darf ich nicht füttern. Drei Stückchen Schinken, das wär der Tod. Ausgezeichnet. Dein Dienst beginnt morgen früh. So, was hat Donnerfurz mir noch gesagt, was Mr. Tickles zum Frühstück kriegen soll? Ich hab's vergessen. Drei Stückchen Schinken darfst du verfüttern. Drei Stückchen Schinken, so frisch und rot. Danke, du Gedankenblase. Na wunderbar. Geht ja tierisch ab bei ihm. Ja, Mann. Runter damit. Er sieht aber nicht gut aus. Ja, weil er tot ist. Was? Hast du toll gemacht. Oh, das Frühstück ist ihm nicht so bekommen. Oh, lieber Gott, mach ihn wieder lebendig. Mr. Tickles ist wegen meiner Mörderisch-Delikaten-Küche draufgegangen. Hallo, Schatz. Wie war dein Tag? Ach, frag mich das lieber nicht. Ich bin ein Mördermarm. Ach, Liebling. Ich werde jetzt auf der Stelle ins Bett gehen und kann sowieso nicht schlafen. Mann, ich schlafe so gern. Am liebsten würde ich aufwachen, um gleich wieder einschlafen zu können. Nur aufwachen zum Schlafen. Hallo, mein Name ist Brack. Hallo, mein Name ist Brack. Ich wohne da ein Stück die Straße runter. Ich wohne da ein Stück die Straße runter. Ich hab immer saubere Unterwäsche an. Stimmt ja gar nicht. Hast mich erwischt. Gib mir zehn Dollar. Ich will zur Hunderinbahn. Du hast doch gerade gesagt, wir holen Hippo. Ich sag ne ganze Menge. Gib mir das Geld. Das ist doch fürs Studium. Was mal? Aus der Traumfriseur zu werden. Ja, Kumpel. Ja, Kumpel. Ja, Kumpel. Ja, Kumpel. Ja, ha, ha, ha. Kumpel. Egal was du sagst, ich find es toll. Doch sprüh mich dabei nicht mit Spucke voll. Ja, Kumpel. Ja, Kumpel. Ja, Kumpel. Ja, Kumpel. Ja, Kumpel. Ja, Kumpel! Ja, Kumpel!